Hm, ich brauche einen Schraubenzieher oder etwas ähnliches, um es zu öffnen. Du hast ein Taschenmesser. Ich probiere es jetzt trotzdem. Ah! Lass mich raten, wir finden noch ein N. Osten, Süden, Westen. Wir müssen aber noch das N finden. Sind die jetzt noch da drin? Ja. Wir müssen noch das N finden. Das finden wir bestimmt wirklich im Keller. Ich durchsuche hier jetzt trotzdem noch alles. Einfach bezüglich Infos. Und ja, es ist zwanghaft, dass ich immer einmal gegen Larry ditch. Da ist was, da ist was. Okay, Hartnäckigkeit hat sich wirklich belohnt gemacht. Ich wollte das eigentlich gerade als Verarschung machen. Sowas passiert mir öfter. Ich löse Dinge einfach durch meine Trotteligkeit. Oh, mittlerweile sieht sie aber ziemlich schlecht aus. Ich bin am Verhungern und doch sterbe ich nicht. Wie lange geht das schon so? Schon nun so? Nun schon so. Es ist unmöglich zu sagen in dieser ewigen Nacht. Muss ich für immer in diesem Gefängnis vor mich hinrotten? Kein Essen. Kein Licht. Kein Schlaf. Kein Kontakt. Nichts. Nichts. Nur flüchtige Blicke auf ein unerreichbares Leben. Ich wünschte, sie würden dieses verdammte Portal endlich öffnen. Ich wünschte, sie würden diese Welt in Stücke reißen. Ich wünschte, es fände endlich alles ein Ende. Ich muss es beenden. Sally hat eine Spiegelung im Fernseher, die sehe ich jetzt erst. Aber nicht die, die er eigentlich haben müsste. Wir haben gerade auf Nah und das war eben mit, na? So. Ach, Entschuldigung, ich musste gerade gehen. Also, Gannon. Hallo, gehst du bitte ins Bad? Danke. Megan? Ach ja, hier war ja Megan, genau. Hallo, bist du hier? Der Super-Gearboy zeigt nichts an. Hey, wo ist ihre Kette hin? Hm, mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass sie fehlt. Das ist seltsam. Vielleicht kommt sie deswegen nicht heraus. Was ist mit den anderen? Ich habe keine Ahnung. Hast du sie weggenommen? Ja, heute Morgen, während ich mich umgesehen habe. Okay, lass uns nochmal hier nachsehen. Stacy, bist du hier? Bin nichts am Gearboy zu sehen. Es war immer schwierig, Stacy zu rufen, wundert mich also nicht, dass sie nicht erscheint. Wie wahr? Ja, hoffentlich ist sie bei Megan. Hier hatten wir ja damals den rotäugigen Dämon gefunden. So viel Tod und Zerstörung in nur einem Haus. Ja, die Holmes-Familie tut mir echt leid. Dieses Ende hätte sie nicht verdient. Oder hatten sie nicht verdient. So sehr ich auch Luke dafür hasse, was er getan hat, kann ich mir nicht helfen und habe trotzdem Mitleid mit ihm. Er hat sein eigenes Schicksal besiegelt, indem er dem Rat geholfen hat, den Dämon zu beschwören. Zu dumm nur, dass er Stacy und Megan damit reingezogen hat. Glaubst du, dass er wirklich tot ist? Der rotäugige Dämon? Ja, Tods Erfindung hat ihn vermutlich vernichtet, aber war das nicht ein bisschen zu einfach? Ich weiß, was du meinst. Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht, aber die letzten Jahre hat er sich nicht blicken lassen. Was wäre, wenn wir ihn nur verwundet hätten und er jetzt irgendwo in der Finsternis hockt und auf bessere Zeiten wartet? Dann lassen wir ihn wieder zur Hölle fahren, wenn er wieder auftaucht. Das werden wir tun. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ab in den Keller. In den restlichen Räumen waren wir gewesen, ne? Ja, Küche ist hier nicht, also alles gut. So, ich wollte noch einmal probieren. Moment. Mein Taschenmesser muss jetzt für alles herhalten. Ich stelle mich hier mal ein bisschen näher vor. Ne, okay. Ich kann das Taschenmesser damit nicht benutzen. Können wir mit dem Handy gerade was machen? Benutzen. Keine neuen Nachrichten. Ja, gut. So, ab in den Keller. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Es ist komisch zu gehen, wenn man so lange hier gelebt hat. Ich habe mich auch so gefühlt, als wir New Jersey verlassen haben. Aber es war eine Veränderung, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauchte. Daher bin ich froh, dass es so gelaufen ist, wie es ist. Ja, es wird super, wenn wir uns mit Todd eine WG teilen. Ernsthaft, ich kann es kaum erwarten. Trotzdem, ich weiß, dass ich nicht weit weg gehe. Aber trotzdem stimmt es mich irgendwie traurig. Das ist eine große Veränderung, Larry. Es ist schon in Ordnung, sentimental zu werden. Alles in Ordnung? Ja, geht schon. Sehen wir uns weiter um. So, ist echt schon leer geräumt, ne? Larrys früheres Zimmer ging aber eigentlich nach links weg. Just saying. Achso, Larrys Zimmer. Ja, das hier meinte ich. Achso, Lisa's früheres Zimmer war es eben ja. Wollte gerade sagen, das hier ist richtig. Ich möchte noch einmal zum Baumhaus. Wenn schon, denn schon, ne? Ich kann immer noch nicht glauben, dass mein Vater uns verlassen hat. Das passt nicht zu ihm. Das stimmt einfach nicht. Ich, ähm, ich weiß nicht. Ich weiß, dass du mir etwas verheimlichst, Herr. Irgendetwas, das mein Vater betrifft. Du kannst kein Geheimnis für dich behalten. Schon okay, Alter. Ich hab bis jetzt nichts gesagt, weil ich dir vertraue. Wenn du mir etwas verheimlichst, dann liegt es daran, dass du das musst. Nicht wahr? Lüg ihn an. Sag ihm die Wahrheit. Wir sagen die Wahrheit. Ich möchte ihm gerne die Wahrheit sagen. Hör zu. Es war nicht leicht, das vor dir geheim zu halten. Aber ich wusste nicht, was wirklich war und was nicht. Ich will nicht, dass du dich aufregst. Aber ich glaube, dein Vater hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich er ist. Deshalb habe ich nichts gesagt. Außerdem wollte er, dass es dir gut geht und du in Sicherheit bist. Er hat gemeint, dass, wenn du die Wahrheit erfährst, sie dich in Gefahr bringen könnte. Wenn es dein Vater ist, dann, ähm, ich glaube nicht, dass er 100% menschlich ist. Wichtig ist aber, dass er dich nicht verlassen hat. Er hat sich geopfert, um den Kult aufzuhalten, um dich und Lisa zu beschützen. Er hat euch beide mehr als alles auf der Welt geliebt. Was meinst du damit, dass er nicht menschlich ist? Schwer zu beschreiben, aber ich glaube, dass dein Vater ein Außerirdischer war oder sowas. Er hat auf der Erde eine Bruchlandung gemacht, nachdem sein Heimatplanet von Schatten vernichtet wurde. Er und seine Schwester Evelyn kamen hierher, aber sie starb bei der Landung oder hat sich verirrt oder sowas. Er wusste selbst nicht, was mit ihr geschehen war. Echt? Haben wir das wirklich alles erfahren? Willst du zu all dem gar nichts sagen? Weißt du, du musst keine verrückte Geschichte erfinden, um meinen Vater als Held darzustellen. Und Aliens? Ernsthaft? Alter, das macht deine Geschichte nun noch unglaubwürdiger. Das ist die Wahrheit, Larry, ich schwöre es. Okay, Kumpel, schon okay. Können wir das Thema einfach lassen? In Ordnung, aber wir werden später noch darüber reden. Nein, ich habe das nicht erfunden. Das wäre ja auch wirklich gemein. Allerdings kann ich auch Larry verstehen, dass er das nicht glaubt. Uns fehlt immer noch der Zahn, der N-Zahn. Ich gehe von ihm aus, dass es ein N ist. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir die Dinge anordnen sollen, die Zähne. Erinnerst du dich daran, wie ich dich das erste Mal ohne Maske gesehen habe? Wie könnte ich das vergessen? Du warst so heftig am Headbang, dass deine Maske wegflog und mir ins Gesicht klatschte. Du hast dir solche Sorgen gemacht wegen meiner blutigen Nase... Achso, du hast dir solche Sorgen wegen meiner blutigen Nase gemacht, dass es dir zuerst gar nicht aufgefallen ist. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ja, aber nachdem ich dir erklärt habe, dass es mir gut geht, warum hast du dann geweint? Weil du nicht weggeschaut hast. Ich wollte eigentlich Musik anmachen. Hast du den neuen Sanity's Fall Song aufgenommen? Klar, Alter. Willst du hören? Ja, deswegen hänge ich hier doch die ganze Zeit rum. So alte Zeiten und so. Wisst ihr? Und Musik natürlich. Die bleibt jetzt ja auch hier wieder beim Durchsuchen. Hä? Achso. Ich dachte eben, warum kommen wir da weiter als gedacht? Das ist die richtige Lautstärke. Muss noch in der ganzen Wohnung zu hören sein. Okay, hier sind wir gewesen. So, kommen wir noch. Ja, da ist noch die Tür. Hier können wir nichts machen. Hier liegt auch kein Zahn. So, wir kommen hier sogar noch rein. Ladezimmer. Uns fehlt noch ein Zahn. Da, ich wollte gerade sagen, wenn wir den hier nicht finden, dann weiß ich nicht, wo wir suchen sollen. Was? Was? Keine dummen Witze diesmal? Ehrlich gesagt fällt mir gerade keiner ein. Äh, keiner aus. Ich meine ein. Okay, das war er. Und ich habe ihn verkackt. Es tut mir leid. Ich dachte nur, die Übersetzung wäre wieder falsch. Verdammt. Larry, ich habe deinen Witz verkackt. Und er war gut. Es tut mir leid. Mann, oh. Mist, ich muss den Schlüssel heute Morgen feingelassen haben, während ich mich umsah. Wann hast du ihn zum letzten Mal gehabt? Keine Ahnung. Ich hätte schwören können, dass er noch in meiner Tasche war. Er wird schon wieder auftauchen. Okay, wir müssen den Schlüssel also wieder finden. Oder auch nicht. Es wäre schön, wenn wir es nicht müssten. Hier ist nichts. Warum kommt da so eine grüne Suppe aus dem Wasserhahn? Das ist ja widerlich. Gut, dann werden wir jetzt erstmal in den fünften Stock, ne? Hier? Ja, perfekt. So. Oh. Äh. Nun, Südwesten, Ost. Ähm. Oh. Der Aufkleber. Made in China. Ist falsch rum. Wir müssen das wahrscheinlich andersrum machen. So, dann ist hier, Osten. Bitte stimmen. Oh Gott, ja zum Glück. Ich hätte sonst nicht gewusst, was ich tun soll. Wow. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, den du verloren hast. Nein, ich will da nicht runter. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe... Moment. Wo zum Teufel kommt er überhaupt her? Ich habe den nicht da reingetan. Jemand wollte, dass wir ihn finden. Hätte man den nicht, ähm, unter meiner Tür durchschieben können? Oder in meinen Postkasten werfen können oder sowas? Realität ist ein verschw- äh, verworrenes Netz. Äh, was? Vergiss es. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wir sollten uns den Tempel näher ansehen. Nein, die will nicht. Ich will nicht. Ich will da nicht wieder runter. Ich habe keine Ahnung. Das Labyrinth hängt mir echt nach. Oh Gott. Ich habe es gehasst. Das habe ich wirklich gehasst. Ich bin froh, dass wir da mit Sally so schnell durch waren. Und es war Zufall, habe ich beim Schneiden gemerkt. Weil ich habe das nochmal abgeglichen. Ähm, die letzten drei, die ich mit Larry gegangen war, waren nicht die gleichen, die ich mit, äh, Cell gegangen bin. Das dachte ich ja in dem Moment. Ich habe es ja versucht nachzustellen. Aber das stimmte nicht. Es war tatsächlich richtig Schwein. Nein. Bleibt oben. Nein. Zwei Stunden später. Sind wir jetzt zwei Stunden hier runtergelaufen? Achso, wir haben schon geguckt. Oh ja, zum Glück. Alles soweit normal, Larry. Na ja, normal für Addison Apartments. Standards. Und was ist mit den Zähnen und dem glühenden Vogelkäfig-Ding und dem Schlüssel? Ich denke, dass das schon ein wenig seltsam war. Und dieses komische Gefühl werde ich auch nicht los. Irgendetwas Schlechtes kommt, Alter. Ich weiß nicht was oder wann, aber es wird kommen. Da könntest du recht haben. Ich informiere Todd und wenn er zu Hause ist, kommen wir mit seinem Equipment nochmal her. Okay, wie lange hat er noch Unterricht? Er sollte jetzt fertig sein, aber ich wollte mich noch mit Ash treffen. Erinnerst du dich? Oh, stimmt ja. Du solltest sie mitnehmen. Ich finde, wir sollten sie da raushalten. Also von dem paranormalen Zeug. Stimmt schon. Das letzte Mal, wie wir sie mithatten, hat es böse geendet. Alter, das ist schon ein Jahr her. Sieht so aus, als würden die Jahre immer schneller vergehen. Ja, das tun sie. Außerdem, vergiss nicht, dass wir uns morgen Abend zum Abendessen treffen. Wie könnte ich das vergessen? Von dir und Ash habe ich Jahrtausende Nachrichten darüber bekommen. Okay. Hey Ashley. Sel! Ich freue mich so, dich zu sehen. Wie habe ich dich vermisst? Ich habe dich auch vermisst, Ash. Voll süß. Du hast dir die Haare geschnitten. Steht dir gut. Ja, finde ich auch. Danke, es ist besser so zum Fahren. Ich sehe, du hast auch einen neuen Look. Oh ja, irgendwie schon. Sieht toll aus. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Rostschwänze irgendwie vermisse. Es sind Pferdeschwänze, verdammt. Hm. Ich irgendwie auch. Ich hoffe, die waren gut. Obwohl wir damit noch mehr Begegnungen aussachen. Ich bin nicht mehr beim See gewesen, seit wir hier zusammen waren. Was hast du gesagt? Ich sagte, es ist schon lange her, dass ich hier war. Bei mir auch. Es ist so schön hier draußen. So friedlich. Genau, wir müssen uns auch nur anschreien. So, hast du dich mit Ben versöhnt? Ja, es passt wieder alles. Worum ging's dabei wirklich? Geschwisterzeug halt. Er hat mich herzlos genannt, weil ich nicht bei Omas Beerdigung geheult habe. Er sagte, ich sei nicht normal, weil ich niemals weine, bla bla bla. Dann wurde daraus ein großer Streit. Als ob ich nicht um meine Oma getrauert hätte. Egal, wir haben uns versöhnt und jetzt ist alles wieder beim Alten. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich hab dich niemals weinen gesehen. Das bedeutet, dass ich ein herzloses Monster sein muss. Grrrr. Passt lieber auf, wir erledigen hier nämlich Monster. Nein, du solltest besser aufpassen. Mit diesem Monster willst du es dir nicht verscherzen. Ist das eine Herausforderung? Ich hoffe, du hast deiner Mutter heute Morgen noch einen Abschiedskurs gegeben. Ich hoffe, du hast gebeten. Ich hoffe, du hast mich jetzt ein, das ist das.